Es ist verständlich, warum Adam Levine mit Nina Agdell zusammen ist. Sie modelt derzeit für Bademode von MyG. Der Maroon 5-Sänger war zuvor mit einem anderen Supermodel zusammen, und zwar mit dem Victoria's Secret-Star Behati Prinsloo. Diese Fotos von Nina könnten ein Indiz dafür sein, warum sich der Popstar in sie verliebt hat. Sie modelt für die kolumbianische Firma. Die 20-Jährige sieht fast wie eine Seefahrerin aus, als sie für die Seaside Rivery 2013 Kollektion modelt. Sie sieht aus wie ein richtiger Star. Auf anderen Fotos zeigt sie sich in verschiedenen Outfits. Es wird behauptet, dass Nina mit ihren Kurven die neue Kate Upton ist. Sie sieht wirklich fantastisch aus. Sie wurde erst vor kurzem Backstage bei der Sendung The Voice gesehen. Levine ist dort ein Mentor. Adam hatte richtig Glück mit ihr.